Ich begrüße euch zu Teil 14 von dem Let's Play Bernd und die Bekloppten. So, wir sind hier am Schrottplatz und wir müssen Bandmitglieder suchen. Das ist Stand der Dinge. Jetzt muss ich mal eben hier die Hotspots angucken. Da hinten sind wieder Kampflamas. Ein Kampflamas. Von der Invasion. Da haben wir eine Schaumstofffüllung genommen. Eine Pfütze. Eine Pfütze. Eine Haarbürste. Wie gut, dass ich keine Haare habe. Der hat doch ständig irgendwelche Haare. Wie gut, dass ich mir damit niemals die Haare kennen werde. Würde ich auch nicht. Jetzt reden wir mal mit Willi. Eisenbeißer Willi von seiner neuen, weichen Seite. Der ja immer noch ganz traurig ist, dass seine Enten weg sind. Nun, gibt's niemanden mehr, der mich mag. Aber wir haben noch hier, wir haben noch Freundschaft. Raue Schale, weicher Kern. Rauf-Fasertapete nehmen wir natürlich jetzt. Ähm, hm. Es ist nicht schlimmer als... Aber wir kennen uns doch kaum. Äh, ja. Aber man kann immer neue Freunde gewinnen. Willst du in meiner Band mitspielen? Wenn man mich da mag? Gerne. Hier. Dem brauch ich jetzt nicht mehr. Äh, danke. Naja. Mein Inventar ist ohnehin schon wie ein Schrottplatz. Ach, jetzt hat er uns auch noch die Farbe gegeben. So langsam haben wir hier wieder jede Menge Sachen. Aber dafür haben wir das Freundschafts-Icon weg. Können wir die Farbe vielleicht mit dem Ballon benutzen? Das funktioniert... Das hast du nicht... Hallo? Die Schaumstofffüllung? Das funktioniert... Das hast du nicht... Pinsel... Ach, die Brille war rot. Jetzt sieht sie so aus wie auf dem Plakat. Sehr cool. Ja, geil. Also es geht darum, die ganzen Sachen... Ja, da ist sie doch, die Brille. Die Farbe haben wir immer noch. Auf den Schrottplatz selber können wir nicht mehr drauf. Also müssen wir jetzt noch zum letzten Park... Äh, zum letzten Teil. Und zwar in den Stadtpark. Irgendwie ungemütlich hier. Aber ich brauche Wachtmeister Budimcic für meine Band. Ach du Scheiße. Er war auf Toilette. Kein schönes Land in dieser Zeit. Aber er ist ja ein Sänger. Er hat mich nämlich ganz schön genervt im vorletzten Part. Die mobile städtische Sanitäranlage bewegt sich. Komm da raus. Herr Budimcic. Wachtmeister. So viel Zeit. Muss sein. Herr Wachtmeister Budimcic. Kommen Sie bitte raus. Ich brauche Ihre Hilfe. Oh nein, ich fühle mich hier sehr wohl. Keine Lamas, keine Befehle. Ein schöner Land. Ach, der hört wohl nicht auf mich. Und auf wen hört der? Telefonzelle. Was ist das denn? Bürgermeisterin lügen... Bürgermeisterin. Herr Budimcic. Hier spricht die Bürgermeisterin. Kommen Sie sofort raus. Dies ist ein Befehl. Weil mit der hat er ja telefoniert. Kommen Sie Ihre Stimme, Herr Broth. Sie sind nicht die Bürgermeisterin. Die hat eine viel höhere Stimme. Okay. Wie kriegen wir denn eine höhere Stimme? Mit der Dose? Das funktioniert so nicht. Ach, Ballon. Dann wollen wir mal den alten Kindergeburtstagsträger haben. Ich freue mich schon. Nein, eigentlich nicht. Ist alles Mist hier. Jetzt reden wir nochmal mit dem. Herr Budimcic. Hier ist die Bürgermeisterin. Kommen Sie sofort raus. Dies ist ein Befehl. Liebe Frau Bürgermeisterin. Welche Ehre für mich. Ich... Sie müssen sofort nach Polovien reisen. Herr Budimcic. Sofort. Auf Wiedersehen. Ich komme. Ich muss nur noch die Pusum. Oh, so. Oh, äh, wo ist sie hin? Äh, wer? Die ist schnell weg. Na, die Bürgermeisterin. Oh, äh, Kaffee trinken. Mit der neuen Lama-Regierung. Schade. Herr Budimcic, haben Sie nicht was zu tun? Oh ja, Polovien. Sofort. Befehl. Ich eile. Obrichkeitshöriger Laufbursche. Hoffentlich spielt er wenigstens gut Gitarre. Der Wachtmeister ist unser Gitarrist für die Band. Sehr cool. Jetzt würde ich sagen, die blaue Flüssigkeit. Die blaue Brühe aus der Toilette ist ausgelaufen. Werks. Jetzt müssen wir nochmal zu... Äh, ich muss mal gucken, was da blau ist. Die... Nein. Es ist immer noch nicht weniger trostlos. Wo ist denn der... Der... Der Wachtmeister? Wir müssen irgendwas... Irgendwas müssen wir blau färben. Das hast du nicht gera... Ach, äh... Von der Säckerin. Hallo? Spieler? Ja, dat macht er, dat macht er. Weil die hat ja so einen hohen... Rundturbahn da. Da... Da... Musik Das funktioniert so Die blaue Brühe aus der Toilette Warum macht der das nicht? Ach, ich musste erst die Perücke kämmen Lieber Spieler, das willst du nicht wirklich Boah, so ein Ding auf dem Kopf Keine Chance Ich möchte ein selbstbestimmtes Leben führen dürfen Darf ich nicht? Na gut, dann tunke ich mal Ich glaube, hier habe ich alles erledigt Sehr schön Fehlt nur die Synchronisation Aber jetzt müssen wir, glaube ich, zurückgehen Oh Mann Mit diesen Jungs und Mädels könnte man Weil immer wenn ich was erledigt habe, ist auch einer hier Kann man auch eine Band aus ihnen machen? Ich möchte jetzt singen Singen wie ein Karu so Lady Gaga Rock'n'Roll Jungs Ich will Geld, B*** und Gruppies Gut, dass wir das weggepickt haben Aber nur wenn die Gruppies auch mit der neuen Lama-Regierungserklärung vereinbar sind Da haben wir aber nette Charaktere als Bandmitglieder Nein, ich glaube, kann man nicht Aber versuchen muss ich's wohl Jetzt die Frage, wer kriegt was Ist er die Sängerin oder sie? Wir versuchen's mal Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Ah, alle drei haben Ponchos an Ich bevorzuge für meine Rolle als Sängerin doch eher ein eng anliegendes blaues Kostüm Eisenbeißer wille, hier ist Oh, ist das schön flauschig Hm, so liebe ich es Ah Er sieht ja geil aus Würden Sie diesen Poncho anziehen, Herr Budimcic Und ich füge gleich hinzu Es ist der ausdrückliche Wunsch der Bürgermeisterin Aber selbstverständlich Hier, echte Bassistinnenklamotten Cool Dafür kriegst du mein Ersatzkostüm Na klasse Diese allein steht Ersatzkostüme? Nein, ich hab's gefunden, als wir zum ersten und einzigen Mal den Frachtraum geöffnet haben Und das geben wir bestimmt ihm Ich bevorzuge für meine Rolle als Sängerin doch eher ein eng anliegendes Das ist das Kleid von ihr nämlich Hier, Jack Fritz Die Stewardess, leiht Ihnen Ihr Ersatzkostüm Oh, wie wundervoll Damit werde ich singen können wie... Ja, ja, schon gut Und jetzt... Wie sieht denn... Der Jack Fritz sieht ja so geil aus Ammer Ja, jetzt ist die Frage Sie kriegt die Sonnenbrille, denke ich Rock'n'Roll Jo, tatsächlich Unser Inventar wird immer weniger Juhu, Herr Wachtmeister Budimcic Ah, danke Für die Bürgermeisterin Tun Sie alles Ich weiß Und will es gar nicht wissen Was fehlt jetzt noch? Ach, der Willi kriegt noch die Goldkette Er ist ja rechts Die stehen ja auch da passend vorn Ist eigentlich logisch Ruhu, die Kette ist aber schwer Jeder muss hier Opfer bringen Eisenbeißer Willi Tja, haben wir jetzt noch was? Hallo? Also gut Setze ich mir halt dieses alberne Ding auf den Kopf Okay Wachtmeister Budimcic wird Gitarre spielen Wachtmeister Budimcic sieht nun seinen Konterfeier auf dem Plakat Zum Verwechseln endlich Schnurrmann Die Stewardess sieht wirklich so aus wie auf dem Plakat Ich glaube, jetzt haben wir alles Ich finde, Jack Fritz sieht der Sängerin auf dem Plakat schon ziemlich ähnlich Mit den blonden Haaren Entspricht dem auf dem Plakat fast bis ins Detail Fast Sollte aber ausreichen Nur heute vor der Opferung, nachher Kaffee und Kuchen Also die singen vor der Opferung Jack Fritz Darf ich dir den Bart rot anmalen? Gerne Es würde meine Persönlichkeit unterstreichen Das funktioniert so nicht Und das hätte ich dir auch vorher sagen können Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Hallo? Das funktioniert so nicht Na dann wollen wir die Ähnlichkeit mal herbeitricksen Keyboarder, Sängerin, Gitarrist und Bassist Ja Ich denke mal Jetzt haben wir es, oder? Gehen wir mal zum Türsteher Hallo, wir sind die Die sehen ja alle so geil aus Ich fass es nicht Gebt ihr mir ein Autogramm? Hab ich noch rechtzeitig geschafft Los, los, rein mit euch Alle warten schon Abgefahren Die Incredible Lamas Endlich mal live Mist Ich muss ja hier draußen Wache schieben Und kann sie nicht sehen Und deshalb müssen wir alle Gegner Unseres total demokratischen Und wohlmeinenden Lama-Regimes Der großen, von uns anzubetenden Gottheit Des liebevollen Lamas Opfern Yeah, Bravo Lang liebe das liebevolle Lama Lang liebe der Weiß und liebevolle Lama Fritz Aber jetzt erstmal ein bisschen gute Launemusik Zur Einstimmung Yeah Rapmo Das sollte sie ablenken Scharf, Busch, ich komme Ja, die fetzen da die Bühne Und die Anhänger stehen alle da Und Wo sind wir denn? Geiler V-Text Die stecke ich mal Jetzt haben wir Schrauben Ja, die stecken wir natürlich jetzt auch noch ein Wenn das geht Jo, das geht Ein Scheinwerfer Grelles Licht Zur greller Musik Ein Buch Das ist schon aus der Entfernung Geheimnisvolles Buch Das steckt man natürlich auch ein Auch wenn sie mich eigentlich nicht interessieren Unnützes Arkanes Wissen Danke, dass ihr dieses Buch gekauft Gelegt oder zufällig in einer künstlichen Vulkanhüle gefunden habt Ja, das wollen wir mal Kapitel Ja, liebe Leute Die Zeit ist um Und deswegen machen wir hier den Cut Weil das müssen wir dann später lesen Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bis hierhin Und würde sagen Wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Bernd das Brot Und die Unglaublichen Und die Bekloppten Oder was auch immer Lama, 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 Lama Also, der Text ist total geil gemacht Sehr interessant Wir müssen das Buch wohl lesen Das Kampflama wird uns wahrscheinlich hier anspucken Ja, und als Brot haben wir dann ein ganz klares Nachteil Ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder Von dem Let's Play Ich bedanke mich fürs Zuschauen Ja, und wir müssen unsere Freunde Die rechts im Vulkan sind Wohl irgendwie retten Mal gucken, ob wir da hingehen können Da hängen sie auch schon Aber mit denen rede ich jetzt nicht mehr Wer weiß, wie lange das dauert Ich bin gespannt, was wir hier machen müssen Und sage wie immer Bis zum nächsten Part Euer L.P. Naht